Ey Leute! Und diese Woche wird Ihnen die Preise präsentiert von Denon! Und neben coolen Kopfhörern könnt ihr auch dieses heiße Network Music System gewinnen! Vora Ticos, tippt jetzt auf das Tor der Woche von Rockrunner Records Big Boys! Ich stehe im Tor für euch gegen die heißesten Rockstars vom Rockrunner Record! Und ihr seid jetzt in der Lage die fettesten Preise zu gewinnen! Heute stehe ich im Tor gegen Royal Republic! Wo sind die Leute von der Republik? Das ist ein Karwech! Ay, Karamba! Und du bist! Und du hast diesen Händemik-Guy, nicht wahr? Ja, ich bin! So, bist du bereit zu verlieren? Wer ist das? Okay, ich frage diesen Händen, ob er bereit ist, ob er die Ball ist. Die Sache ist, dass die Ball ist in deinem Ball und dann in die Goal. Und das ist was wir brauchen. Hit die Ball, dann bekommst du zwei Punkte. Hit die Goal, dann bekommst du einen Punkt. Ich bete meine Hände, du bekommst nicht. So, wenn ich die Balls bekommst, dann bekommst du zwei Punkte? Cool. Okay? Alright! Ja! Inna do it! Inna! Inna! You gotta stay on the line. Yeah, yeah, I know what my job is. Come on! Bring it! Two points! Die Mothafunker! Wow! Two points! Oh! Easy man! I feel this stand before you, I know I miss me. I never will. Hey. Hey! 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 Don't hit so hard, man. I can't do my show. Situation superkaliente. Also, was wird nun passieren? Wird der Loco eine große Parade abliefert oder bekommt er einen Reingekoffert der Loco? Du brauchst okay? Ja. Leute, ihr habt es gesehen, der Loco hat es dieses Mal wirklich aus seinen dicken Eiern gekriegt. Von Adam Royale Republic. Der wird euch jetzt diese CD designieren für den Gewinner unter euch. Ja. Do it, man. Here we go. All right. Volte jetzt und stop Dicke Dicke Price App bei RoadrunnerBigBoards.de Ay, cabrón, schenga tu madre, que me duelen los huevos. Or me voy a la casita. Ay, 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 ay. Pago en mi, man.